hey leute ich begrüße euch hier nach langer zeit zurück glaubt 34 sind jetzt fast dreieinhalb jahre 12 8 2017 kam das video mit der pause ja und heute nehme ich auf am 16 12 das video wird dann morgen oder übermorgen kommen also 17 18 ist vorbei die pause ja ich habe gesagt ich muss ja damals pause machen wegen umzug wegen ausbildung und und alles drumherum ausbildung abgeschlossen umzug auch aktuell mein setup ist nicht mehr das alte das heißt ich habe gerade hier ein bisschen was neues was jetzt nicht das krasseste so ist ich arbeite hier mit denen was ich so habe wenn ein bisschen wieder aufrüsten mal gucken was da wieder geht so switch mäßig vielleicht alte projekte sind sind jetzt vorbei erst mal weil ich weiß nicht ich kann glaube ich kein einziges davon irgendwie rückverfolgen wo ich dran war mit meinem speicherstand und so daher werden neue projekte gestartet mal gucken wir regelmäßig hier was hochladen kann ich habe auf jeden fall gemeinsam mit dem michi mit den hero mit dem ich gemeinsam damals feuerrot blatt grün gespielt habe ein projekt angefangen zu starten die bearbeitungen laufen gerade also da könnt ihr euch gespannt sein dass das erste projekt was jetzt nach der pause wieder losgeht wird jetzt in den nächsten tagen auch hochgeladen ich bin da gerade am rendern also nach dem video vielleicht ein zwei tage sollte das eigentlich die erste folge online kommen und dann mal schauen wie regelmäßig da was hochladen kann ich hoffe ihr schaltet da wieder ein wir sehen uns dann zu den neuen folgen zu neuen videos bis dahin und ciao